Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu die Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, wir sind hier immer noch in der Frosthauch-Krypta mit Lydia, mit diesem komischen Zwergenhelm. Übrigens, das hier ist die Zwergenaxt. Die gefällt mir halbwegs, aber der Helm, naja. Wobei, vielleicht wenn sie noch die anderen Ausrüstungsteile hätte, vielleicht wird sie damit sogar schick aussehen. Müsst ihr mal mal ausprobieren. Nichtsdestotrotz, wir sind jetzt hier auf dem Weg quasi mehr oder weniger schon wieder nach draußen. Denn beim letzten Mal haben wir ja ein Wort der Macht hier gefunden. Wir haben den vermeintlichen Endgegner in dieser Krypta, ja, den vermeintlichen Boss aus dieser Krypta besiegt, der ja dieses eine Schwert beschützt hat. Das Schwert haben wir an seinen Platz zurückgegangen, weil was wollen wir, was wollen wir damit, warum sollten wir es mitnehmen? Und Moment, ich muss gerade mal gucken, genau, ich warte hier gucken. Tragklass 329 von 330, das heißt, nichts anderes als, dass wir im Endeffekt, sobald wir hier raus sind, erst einmal nach Weißlauf uns zurückbeamen quasi. Eine Schnellreise. Wo sind wir hier überhaupt hier gelandet? Ich muss mal kurz hier drauf schauen. Da geht es wieder raus, ja, okay. Dann können wir das natürlich machen. Da geht er einmal da hoch. Und, ja, dann sind wir natürlich direkt wieder hier. Banditen durchsuchen brauchen wir nicht. Können direkt nach davon noch ausgehen, denn das ist hier der Eingang. Ja, schöne Sache. Und Leute, bevor ich es vergesse, ähm, ich bin gleich wieder da für euch. So, der Läder bei mal wieder. Ich muss da nochmal kurz was umstellen. Ich hab vergessen, was im Aufnahmeprogramm umzustellen. Und wenn ich das nicht mache, dann gibt es hier die typischen Verzögerungen. Leider in Skyrim ist das so. Dem Programm, deswegen muss ich da ein bisschen mehr drauf achten, ein bisschen verstärkt drauf achten. Nichtsdestotrotz sind wir schon mal hier wieder draußen. Zack, Lydia und, ja, was haben wir hier? Ein Kochtopf, den wir nicht benutzen können. Ja, es ist helllichter Tag. Es schneit mal, doch, es schneit, alles klar. Ich wollte schon sagen, es schneit mal nicht. Aber von hier aus können wir dann eigentlich tatsächlich, ähm, ist hier noch irgendwas? So, und dann können wir von hier aus tatsächlich, äh, nach Weißlauf. Ich erkenn die normale Karte, danke. Und zwar, Moment, Wachtturm Weißlauf. Boah, Gott, Leute, schaut euch mal den riesigen Weg an. Wir sind hier aktuell, aktuell der Standort, ja, da steht es ja auch, ne? Die Froster, auch Krypta, da waren wir übrigens drin, Trypolenkruft, äh, der Fürstenstein, ja, und den ganzen Weg sind wir hier gelaufen. Hier, hier ist Weißlauf, ne? Wahnsinn. Das heißt, das Gebiet hier, das müssen wir noch erforschen. Das machen wir auch noch mit der Zeit. Leute, keine Angst, aber jetzt geht's dann das erste Mal, nachdem wir die Ausrüstung hier quasi verkauft haben und, äh, ein bisschen aktuell gehalten haben, quasi ein bisschen ein Inventar geleert haben, zurück Richtung Forstrauch-Krypta, beziehungsweise wir machen eine Schnellreise dann dorthin und werden dann Richtung Jürgen-Lind-Ufos. Oh Gott, der ist schon wieder mit seinem Mäht, ey. Wahnsinn. Säufer unter sich, ne? Na sim. Ja, von dem war man eigentlich gar nichts. Warum stehst du eigentlich hier so? Wisst ihr, was mit Himmelsrand heutzutage nicht stimmt? Lasst uns was spielen. Alle sind vom Tod besessen. Ähm, na gut, Leute, okay. Was wollen wir spielen? Wenn Lucia natürlich fragt, ja. Ja, lass uns was stecken spielen. Gut, ihr bleibt hier stehen und zählt bis zehn. Und nicht woher schauen. Bereit? Dann los. Na klar, dann lauf mal. Leute haben Dinge wie Humor, Poesie und Romantik vergessen. So, das packen wir mal zurück. Eins, schwoll, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Ja, Leute, ich weiß gar nicht, ob das wirklich tatsächlich so funktioniert. So, die junge Dame ist hier lang gerannt. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Wir können natürlich Pech haben, dass sie sich irgendwo in einer der Häuser jetzt aufhört. Ich weiß nicht, ob sie das machen würde. Das wäre natürlich schon richtig, richtig frech. Lucia, wo bist du? Ich hab da was für dich. Ist doch viel schöner, als sich zu verstecken. Okay, wo ist das Mädel? Wo ist das? Ist sie das? Das ist sie doch. Zack. Ey. Alter. Dieses Kind. Leute, dieses Kind. Dieses Kind, wo ist es denn? Ja, wir sind auf jeden Fall mal versteckt. Ich weiß nicht, wo Lucia jetzt ist. Abgeschlossen. Du bist dran. Finde jemanden. Ja, alles klar. Lucia. Wo bist du denn, Mädel? Lucia, den hingerahnt. Lucia, hier bin ich. Halt. Warte mal. Ey, ey, ey. Was gab dir denn so? Hey, wollt ihr ein Spiel spielen? Das ist Prey. Ach, das ist gar nicht Lucia. Oh, Leute. War klar. Ihr Alten seid immer so langweilig. Boah. Ey, ey, ey. Mädel, Vorsicht, Vorsicht. Na gut, okay. Sie ist noch ein kleines Kind, dementsprechend. Aber trotzdem. Geht ja mal gar nicht so was. Hä? Ihr kriegt mich nicht. Hä? So, wir gehen jetzt trotzdem mal zu Belletors Gemischtwarenladen. Interessant auf jeden Fall. Eigentlich hat man Lucia vorhin direkt noch ein paar Äpfel geben können. Guck, was denn mit dem hier? Kommt doch mal in Belletors Laden am Markt vorbei. Wir haben bestimmt etwas, das ihr gebrauchen könnt. Ja, alles klar. Ich bin nur gerade da drin, Kumpel. Aber egal. Ich würde euch sogar einen eurer Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Ja, 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 Belletor. So, ich habe da ein bisschen was für dich, äh, was eventuell, eventuell. So, das hier können wir nämlich verkaufen. Ja, das braucht man natürlich nicht. Zwergenbogen der Feigheit, den behalten wir natürlich. Begleitung, ja. Elfenschild geht raus. Geht ihn raus, leider Gottes. Stahlhelm, Stahlhornhelm. Und das bleibt bei uns drin. Ja. Moment, ich glaube, Zutaten braucht man gar nicht erst ankommen. Das mit dir verkaufen. Bücher sowieso nicht. Äh, außer die beschädigten Bücher hier. Die kann man auch direkt verkaufen. Was hat denn der Belletor noch? 161. Naja, ist nicht gerade. So, da kann man alle verkaufen. Die Triche behalten wir. Silberbachen, den behalten wir natürlich auch. Todeshundehalsband. Naja, stimmt. Das hat man ja auch noch eingesteckt, ne? So, und den Rest. Ach, das sind unterschiedliche Wölfe. Es gibt hier also auch noch unterschiedliche Tierarten einer Rasse quasi. Ja. Rasse hat in dem Moment übrigens nichts mit Rassistisch zu tun oder sonst irgendwas. So, Belletor hat noch 111. Lydia, hast du denn noch irgendwas, was ich dem guten Herrn antreten könnte? Ja, das ist schön. Hast du denn noch was für mich? Ich brauche was, was so ungefähr 111 wert hat. Vielleicht eine Waffe der Zwergenzweihänder. Ne, der ist zu wertvoll. Der alte Nordzweihänder, den nehmen wir. 35 plus 35, Leute, das macht 70, ne? So sind 105. Das sollte eigentlich passen. Dann mal los. Willkommen in Belletors Gemischwarenladen. Ja, Moment. Schmuckstücke. Ja, 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 ja. So. Also, Waffen. Dann schauen wir mal, was er uns jetzt für das hier alles anbietet. Der alte Nordzweihänder, ja. Wir haben natürlich das hier. Das können wir verkaufen. Ja, wir haben 13, Leute. Seht ihr, das ist das, was ich gemeint habe. Da wird ein großer Wert angezeigt. Und letzten Endes kriegst du das aber nachher nicht mal raus von dem. Neue Stufe. Stufenfortschritt 14. Ja, Redegewandheit. Vielleicht bekommen wir dann doch mal ein bisschen mehr Geld von ihm. Dem alten Geizkragen. Malten Geizkragen. Naja, wisst ihr was, Leute? Wir gehen jetzt nach Briesenheim. Ich finde es ehrlicherweise ein bisschen nervig, dass dann der gemischtwaren Händler, das Pelletor, dann hier den Preis ja nach unten drückt. So dermaßen nach unten drückt, dass man sich da quasi nicht auf die Werte verlassen kann. Die man ja eigentlich quasi im Inventar angezeigt bekommt. So. Das finde ich dann schon recht schade. Aktivieren. Können wir hier noch was reinpacken? Du kannst null Bücher in dieses Regal stellen. Alles klar. Dann brauchen wir noch ein zweites Regal irgendwo. Ist mir egal. Wir brauchen ein zweites Regal irgendwie. Irgendwie, das muss funktionieren. So, Moment. Was haben wir denn hier? Bücher, die gehen hier rein. Der Bettler-Prinz vor allen Dingen. Den haben wir zweimal. Moment, vielleicht sollten wir nochmal... Ach, Lydia. Danke. So. Jetzt sieht er mal auf mich gehört. Die Dame. Lucia, bist du da? Lucia. Hallo? Der Hase im Weg, natürlich. Vielleicht, wenn wir uns mal... Moment, wir können auch erstmal oben das Zeug hier ablegen. Was wir sonst drin haben. Die Waffen zum Beispiel, die wir nicht da haben. Moment. Lydia. Schatzelein. Gib mir mal die Sachen. Ja, das ist schön, aber ich brauche die Sachen. Ihr seid mein Tane, also bin ich euch zu Dienst verpflichtet. Ich werde euch... Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ah ja, die Hitboxen wieder, ne? Die Hitboxen. So, was nehmen wir denn? Den Fall mal gucken, den behält sich auf jeden Fall. Den Zwergenzweihandern. Ne, was nimmt sie denn? Zwergenstreitachs. Ja, genau. Sie nimmt ja die Streitachs. Okay, wir nehmen... Das, 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 das. Ah, mir das Eis... Ach nee, das haben wir ja gar nicht daraus. Ich wollte schon sagen, ne? Das wäre jetzt rechtlich peinlich, wenn ich euch gesagt hätte, wir hätten das ganze, ähm... Das eine Schwert, das gewisse Schwert wird da unten reingesetzt und dann hätten wir es eigentlich mitgenommen. Das wäre echt peinlich gewesen für mich. Aber ich konnte mich noch gut daran erinnern, dass wir halt entsprechend das Schwert halt wirklich tatsächlich da reingesetzt haben, weil es eben in meinen Augen mehr Sinn machte und ich mir dann doch davon eigentlich erhoffe, dass das vielleicht den ein oder anderen Vorteil bringt. Eventuell. So, Eisenkriegsäxt. Ne, nicht ausrüsten, ablegen, genau. So, das legen wir ab. Stahlschwert geht weg. Der Zwergendolch, der Zwergenzweinde auch. Und dann geht es weiter zur Bekleidung. Also da hat ja Lydia wirklich einiges für uns getragen. Und ich frage mich, ob die gute Dame wirklich so extrem viel mehr als wir tragen kann. Oder ob mir das einfach nur so vorkommt. Vor allem, wir haben ja so, guck mal, wie viel Wert die eigentlich hat. Okay, so, ähm, das war jetzt die Bekleidung, ne, Leute? Ja, was? Das war ja nicht die Bekleidung. Stahlholen, ne. Zack. Na gut. Zaubertränke. Skoma, statt 25 Punkte auszuwählen. Den kann man eigentlich mitnehmen. Wundertrank der Gesundheit. Der geht weg. Der geht weg. Der geht auch erstmal weg. So, Frostresistenz sowieso. Heilung. Zaubertrank der Krankheitsheilung. Halt alle Krankheiten. Den lassen wir mal drin, ne, Leute. Also, sicher, sicher. Vier Stück haben wir davon. So, Zaubertrank der Magiker. Ja, ich benutze selten Zaubereien. Aber, mhm, könnte man eigentlich auch mal. Der kleine Heilung habe ich nicht. Eher der geringen Magiker, ne, genau. Dann können wir das hier trotzdem erstmal raustun. Genau. So war das gedacht. Da haben wir 19 von. Zaubertrank der Heilung haben wir 2. Okay, den nehmen wir raus. So, Betrink. Moment. Essen, essen. Ja, essen können wir eigentlich auch. Ja, die Gemüsesuppe lassen wir mal nach drin. So. So. Ach du, ganz schön. Nein, 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 nein. Ich wollte hier den da eigentlich nicht essen, sondern raus damit. So, die Äpfel. Ja, kommt raus damit. So, die Gemüsesuppe, die reicht erstmal. Mal den, ja, 720 Sekunden lang, ein Gesundheitspunkt pro Sekunde, regeneriert 720 Sekunden lang. Ein Punkt der Ausdauer, ja, ein Punkt der Ausdauer, ja, ein Punkt der Ausdauer pro Sekunde. Das ist schon mal in Ordnung für den Anfang, aber, ja, man braucht nicht wirklich viel davon zu erwarten, nehme ich mal an. So, das können wir erstmal raus tun. So. Bücher, die lassen wir natürlich erstmal noch drin. Brief eines Freundes, ja. Haben wir natürlich alles, zack. Jetzt, wenn wir irgendwo Quests bekommen haben, natürlich alles im, äh. Moment. Ein bisschen was können wir hier noch raus tun. Nämlich, ähm. Na, was wollte ich sagen? Wenn wir Quests von irgendwelchen Büchern oder sowas bekommen haben, dann haben wir das natürlich auch entsprechend in unserem Questjournal. Genau, das wollte ich sagen. In unserem Questjournal drin. Leute, 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 Leute. Verzeiht's mir, ich bin manchmal ein bisschen durcheinander. Oh, der ist so einer dieser Tage. So, nichtsdestotrotz, Lucy scheint immer noch nicht da zu sein. Lucy, ja, nicht Lucy. Deswegen, wir haben ja vielleicht mal, ähm, es ist PM, ja. Moment, wir haben 6 Uhr PM in 4 Stunden, äh, 8. Ja, machen wir mal, machen wir mal 9. Ja, machen wir mal 19 Stunden. Es gibt da Herzfeuer, okay, alles klar. Sonntags, Sonntags, ist das dann Sonntag? Sonntags, ja, und Montags dürfte Montag sein, ne? Montag morgens, ja. Um die Uhrzeit bin ich regulär schon lange, lange, lange wach. Geht ja auch gar nicht anders, ne, Leute. So, du erwachst und fühlst die Liebe eines Vaters. Oh, wie schön. Ja, jetzt, jetzt stellt sich die Frage. Lucy, ja, bist du endlich da? Ich glaub's nämlich ja nicht. Moment, ihr Zimmer war, glaub ich, hier unten drin. Aber die sind immer noch nicht da. Wo ist, wo ist die junge Dame? Sie ist nicht versteckt? Oder müssen wir sie jetzt finden? Sie aufklären, dass... Was? Wie, was ist passiert? Irgendwas stimmt hier nicht, Leute. Irgendwas muss hier passiert sein. Guck mal hier. Ach, die sind immer noch... Ja, nee, Leute, ist klar, ne? Ja, wamm, zack, dann kann man das hier mitnehmen. Okay, Leute, wir reden mal mit dem... Ich weiß nicht, worum das jetzt hier ging, aber... Ja, wir fragen einfach. Worum ging es eigentlich in dem Streit? Noch so eine Sache, die die Graumänen anderen anlasten wollen. Es ist nicht meine Schuld, dass sie sich vom Kaiserreich abgewandt haben. Oder dass ihr Esel von Sohn einen bewaffneten Aufstand hat. Und trotzdem wollen sie die Schuld auf uns abwälzen, den guten Namen meiner Familie beschmutzen? Okay. Erzählt mir etwas über den Clan der Kampfgeborenen. Kampfgeboren ist ein legendenhafter Name, von dem die alten Lieder künnten und der in den Heldentaten von 100 Generationen zu hören ist. Ja, okay. Für den Kampfgeborenen Clan brüllen sie in den Metallen. Die ersten im Kampfgetümmel, die letzten am Tavernentisch. Ja, also Säufer und Schläger. Reichtum und Titel ebenfalls. Ja, und dralle Weiber, die euch in einer kalten Nacht in Himmelsrand das Bett wärmen. Wenn das eure Frage nicht beantwortet, schaffen das keine weiteren Worte. Ja, das hört sich zumindest mal interessant an. Ähm, so, was ist mit Clan Graumäne? Unzivilisierte, pelztragende Axtschlepper. Ein Wunder, dass sie nicht mehr in Höhlen leben wie ihre Vorfahren, mit denen sie dauernd angeben. Es stimmt, dass Wigner Graumäne und seine Familie zu den Ältesten und, je nachdem wen man fragt, angesehensten Clans von Weißlauf zählen. Das streite ich nicht ab. Aber es ist eine Sache, stolz auf sein Erbe zu sein und eine andere an der Vergangenheit festzuhängen. Was sie Ehre und Tradition nennen, nenne ich Ignoranz. Okay, alles klar. Ignoranz. Ja, weshalb die fehlt denn mit dem Clan der Graumänen? Geld, ihr Dummkopf. Was sonst? An allem ist das Geld schon. Ja, gut, da kann ich ihm recht geben. Die Graumänen sind tief in Weißlauf verwurzelt. Aber das gilt auch für uns. Im Gegensatz zu ihnen sind wir reich. Und Wigner hasst das. Oh, sie hassen das alle. Ständig dieses Gerede von Stolz und Ehre. Und was haben sie dafür vorzuweisen? Bettler-Lumpen und altes Brot. Wir haben denselben Stolz, dieselbe Ehre. Und wir haben Wohlstand. Kein Wunder, dass sie uns beneiden. Ja, nichtsdestotrotz würde ich mal sagen, Geld ist nicht alles, Leute. Und mal ganz ehrlich, Geld macht tatsächlich vieles, vieles kaputt. Wer Geld hat, hat meistens auch Macht. Zumindest ist es mittlerweile auch tatsächlich im Leben so. Also im richtigen Leben so. Da könnt ihr ruhig mal drüber nachdenken, wenn ihr wollt. Also ich bin jedenfalls der Meinung, dass vieles ohne Geld generell besser wäre. Vor allem, dass es diese Machtkämpfe nicht so extremst geben würde. Weil wer braucht bitte Geld? Ja, das ist letzten Endes nur deswegen so viel wert, weil es dann irgendwann mal ein paar Menschen gab, die dem Geld zu viel Macht beigemessen haben, die es als Tauschmittel nutzen wollten. Ja, das ist nicht immer so gut, wie man das jetzt vielleicht in der Schule gelernt hat. Ja, wie ich das zum Beispiel in der Schule gelernt habe. Macht mal eure Erfahrungen damit und überdenkt das Ganze, ja. Es gibt nicht umsonst diese Schere zwischen Arm und Reich, die immer größer wird, ja. Die Reichen, die sowieso schon viel Macht haben, immer mehr Geld anhäufen und noch mehr Macht haben wollen. Und dann die Armen, die dann irgendwo trotzdem ein glücklicheres Leben haben, als diese Reichen da oben, ja. Also ich weiß es nicht, ne. Denkt einfach mal drüber nach. Ihr könnt... Ups, da ist er verschwunden. Ihr könnt gerne eure Meinung dazu mal in den Kommentaren niederschreiben, weil das ist etwas, was mich brennend interessiert. Und wer rentiert denn rum? Das ist Lucia? Okay, das ist nicht Lucia. Das wahrscheinlich auch nicht. Ja, du bist Lars. Aber wo ist Lucia? Wo ist denn mein Mädel hin? Die ist ja jetzt nicht verschwunden, hoffe ich mal. Das ist nicht schön, wenn die weg ist. Mein Töchterchen quasi. Da ist sie doch, oder? Lucia! Ja, dann spiel doch einfach nicht mal mit ihr. So, aber ich hab was für dich, Lucia. So, schauen wir mal. Das gelbe Buch der Rätsel. Zack, können wir ihr geben. Und das war's schon. Ah ja, den Rest hab ich ja rausgedeckt. Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Ihr sucht meinen Gattener Seen. Da seht ihr am besten im Hinterteil des Jana. Papierjäger oder so, in der alten Festung, in der Nähe von Ripton. Hä? Ist vielleicht sogar etwas für dich. Ja, ist das schön, dass man den Untertitel angezeigt bekommt. Sag mal, Leute, was ist denn nun los? Nee, dann kriegt man den, haben wir hier gerade den Untertitel gesehen. Ja, nicht wundern von der Wache und nicht von der jungen Dame, die da mit uns geredet hat. Ähm, nochmal kurz nach nach Priesenheim rein. Ja, meine Ausdauer. Ist klar, Ausdauer nicht vorhanden, ja. Ja, größter Sportler aller Zeiten. Ausdauer nicht vorhanden. Passt. Gut. Gut, Bücher, weg, bringen. Wozu die eine? Warum warst du so schnell hier oben? Vor allem, was hast du hier gemacht? Habe ich dich bei etwas gestört? Ich würde es gar nicht so genau wissen. So, äh, nee, ich will nichts nehmen. Bücher, Bücher, Bücher. Da, zack. Das geht raus. Dann können wir erstmal alles hier, boah, schaut euch an, was wir hier mitgenommen haben. Das tun wir auch erstmal raus, alles, zack. Und fertig. Und dann haben wir nämlich, dann haben wir 152 von 330 benutzt, also sprich über die Hälfte noch frei. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und wie ich gesehen habe, haben wir auch direkt eine Stufe schon. Und mit dieser Stufe, ja, Gesundheit, Ausdauer ist, glaube ich, auch dafür verantwortlich, ne, dass wir mehr tragen können. Deswegen nehme ich jetzt nochmal die Ausdauer. Und nichtsdestotrotz. Ja, Beschwörung, nein, Zerstörung. Äh, Kontrolle von Feuer, Förderst und Blitzchen, blädädädädädä, Veränderung. Moment. Umfasst die Manipulation der physischen Welt und ihre Eigenschaften. Verzöberung, Schmiedekunst. Ja, ich verkenne die Schmiedekunst noch weiter. Aber ich glaube, das funktioniert noch nicht. So, das funktioniert auch noch nicht. Also, ja, Schmiedekunst. Erfordert 30, erfordert 30, ja, alles klar. Das heißt, wir müssen ein bisschen schmieden. Schwere Rüstung, Blocken. Blocken. Ich glaube, wir gehen mal ins Blocken rein. Nein, das dürfte funktionieren. Schildwahl, ähm, Moment. Erfordert 40. Erfordert 30, erfordert 30. Und das hier, schnelle Reflexe, erfordert 30. Was machen wir denn? Die Zeit verlangsamt sich, wenn du während eines mächtigen Angriffs blockst. Alles klar. Pfeile, die den Schild treffen, verursachen keinen Schaden. Oh, das wäre natürlich mal schick. Und du kannst einen mächtigen Gegenangriff durchführen. Ähm. Ich glaube, das ist das, worauf wir uns in der nächsten Zeit erstmal konzentrieren werden. Aber erstmal hier die Pfeile abwehren, weil, ähm, das nervt dann doch schon, wenn du dann quasi die Pfeile abwehrst und dann trotzdem Schaden erleidest. Ich finde es zumindest mal nicht schön. So, Lydia, mach mal Platz. Platz, Schnuckelchen. Danke. Kommst du mit? Denn, dann möchte ich wenigstens jetzt schon mal. Allzu viel Zeit haben wir nicht mehr. Ein bisschen was haben wir schon noch übrig, aber letzten Endes, ne. Ähm, können wir zumindest mal wieder hier hochgehen und weiter Richtung, ähm, ja, Richtung Ustenkraf. Wie ist das, glaube ich, hä? Ustenkraf, genau. Richtung Ustenkraf. Dann Frosthauchkrypter. Tata, tata, tata. Einmal Schnellreise. Ja, schönes Tier. Schaut euch das Geweih an. Ich finde es einfach nur Wahnsinn, also was Possessor hier tatsächlich reingesteckt hat. Und noch einmal, ja, es ist entsprechend alt, ja, aber das heißt noch lange nicht, dass es auch schlecht ist. So, dann sind wir hier. In die Richtung müssen wir. Ziehen mal die Waffe. Und laufen einfach mal den Weg hier lang. Dumm, 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 dumm. Lydia ist auch da, was natürlich sehr, sehr gut ist. Mit ihrer Axt. Okay, da ist ein Stein. Ja, so ein Wegstein ist das, ne. Hab ich mir ja auch gesagt. Gut, kann man sich eigentlich auch denken, weil diese Wegsteine ganz am Anfang, sobald man dann quasi, ähm, die beinahe Hinrichtung hinter sich hat. Ähm. Meine Beinrichtung geht's denn da? Dann geht's nach da oben und ansonsten nach da unten. Ja, wir laufen einfach mal, zack, in die Richtung weiter. Ne, nachdem man ja ganz am Anfang diese beinahe Hinrichtung hinter sich hat, den Drachenangriff überlebt hat. Oh. Ähm. Ja, haltet du doch mal still. So, zack, einmal. Und zweimal erledigt. Genau, Banditengesetzloser, alles klar. Ja, Gewicht 21, fährt 100. Ist ja... Oh. Jetzt haben wir... Ja, okay, jetzt hab ich einfach mal alles eingesteckt. Wollte ich jetzt gar nicht, aber naja. Ist halt so. So, wir nehmen das mal mit. Ja, komm. Zack. Wir stecken das jetzt erstmal ein. Unabhängig davon, ob wir es brauchen oder nicht. Was haben wir denn hier? Können wir den Pfeil nehmen? Ja. Ne, kann man nicht nehmen? Hallo? Hallo? Den können wir natürlich nicht nehmen. Alles klar. So, in welche Richtung? Ähm, Mist. Wo ist denn jetzt? So, in die Richtung ist was. In die Richtung ist was. Ja, gut. Okay, dann laufen wir halt erstmal in die Richtung. Moment. Wir sind entdeckt. Äh, alles klar. Ja, jetzt wird's mal langsam Zeit, dass ich mich mal ein bisschen heile. Mach mal die Gemüsesuppe und Zaubertrank der Kering-Ausdauer. Wo ist es denn? Da. So. Wo ist es denn jetzt? Wo ist es? Wie ich? Wo ist es denn jetzt hin? Ist es tot? Ah, ich glaub schon, ne? Im Busch ist es kaputt gegangen. So, Eiskeist-Essenz. Eiskeist-Szene. Nehmen wir alles mit. Zack, 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 zack. Auch nicht so verkehrt. So, äh, wir wollten in die Richtung. Genau. Das heißt, ich geh mal in die Richtung, weil... Weil wegen, da könnte was sein, was uns eventuell... ...interessiert, was mich interessiert. Nein, hier ist irgendwas auf jeden Fall. Irgendwelche Steine, irgendwelche, äh... Ja, Lydia kommt wahrscheinlich nicht nach. Was haben wir denn hier? Was ist das? Was ist das? Einmal schnell speichern, zack. Bup. Ja, dann... Ich denke das mal ganz kurz. Im Zinschalift entdeckt. Alles klar. Im Zinschalift. Was auch immer das sein mag. Äh, es sieht komisch aus. Und vor allen Dingen, wie kommt man da rein zum Geier? Wie zum Geier kommt man da rein? Ähm, ja. Okay, alles klar. Wo haben wir denn den Bogen? Den hab ich doch jetzt nicht rausgetan, oder? War mal schuld. Oh Mensch. Moment, Leute. Moment. Waffen. Zwergenbogen der Feig... Der Feigheit, ja. Wo haben wir den denn? Da ist er doch. Zack. So, und... Ja, verzeiht es mir, Leute. Wir schlafen gerade hier irgendwie. Jüdia, bist du das, oder? So, Schießkons verbessert. Das ist schon mal sehr gut. Sorry, dass ich gerade so leise war. Aber, was willst du machen, ne? Also, man kann tatsächlich da runterrennen. Einfach so. Sollen wir uns das mal anschauen, Leute. Was für eine blöde Frage. Natürlich wollen wir uns das anschauen. So, Lydia, du bist da. Zeig das einfach mal mit. Vielleicht gibt es ja hier irgendwas. Bandit, ja. Gold. Pelzrüstung. Ja, komm. Watt. Zack. Ja, komm. Erstmal alles eingesteckt hier. Zack. Stratkolben. Da, 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 da. Ich meine, das ist schön, dass man hier runterkommt. Aber ich hätte jetzt am Anfang gedacht, oder ich habe jetzt anfangs gedacht, da kommst du ja gar nicht runter. Deswegen habe ich mich gewundert, so, ne? So, das kann man da mitnehmen. Ja. Ich trage zu viel. Da fängt es ja schon wieder an, Leute. Da fängt es ja schon wieder an. Ja. Ich soll wirklich nicht mehr alles einstecken. Wie kann ich euch dienen, Tane? Indem du mir was abnimmst. Meine Liebelein. Meine Liebelein. So, Eisenschwert geben. Zack. Dann kriegst du das noch. Den Stahl kriegst du da mal. Bekleidung. Moment, Eisenhelm. Was haben wir gerade? Warte mal, Moment. Erst mal die hier. Die kann man schon mal raus tun. Und, Moment. Zwergenpanzer. Zwergenhelm. Ja. Rüstung 29. Was zeigt der mir denn hier an? Eisenhelm ist 24. Okay. Das war es nämlich schon wieder fast, was Leute hier tragen können. Na, mal los. Okay, da unten geht es rein. Was haben wir hier? Hier könnten wir braten, wenn wir was dazu hätten. Moment. Benutzen Bratenspieß. Ach so, ja. Ist natürlich schön. Essen. Wir können nichts machen, ne? Ne. Wir können gar nichts da machen. Das finde ich ein bisschen... Oh. Ein bisschen schade. Tomaten. Ja, nehmen wir mit. Ja, Döffelchen. Nehmen wir natürlich auch mit. So lecker, lecker, lecker. Das ganze Zeug. Aber Leute, wisst ihr was? Wir sind tatsächlich am Ende dieses einen... Von diesem einen Bad zumindest mal angelangt, ja? Natürlich noch lange nicht am Ende von die Elder Scrolls für den Skyrim. Und da wir gerade hier am Lagerfeuer sind, passt das ja perfekt, ja? Macht es euch hier gemütlich. Macht es euch fahren. Tut ein bisschen was essen. Und so weiter und so fort. Und, ja. Dann könnt ihr sagen, es hat euch gefallen oder nicht. Wenn dem so ist, ne? Ein Däumchen nach oben. Ihr wisst Bescheid, ne? Müsst ihr natürlich nicht, sondern nur wenn ihr wollt. Schreibt es euch mal in die Kommentare rein. Vor allem meine Frage, ja, bezüglich eurer Meinung über Geld und Macht. Ja, schreibt sie einfach mal da rein. Es soll natürlich jetzt kein Statement sein, aber letzten Endes kann man hier doch mal darüber diskutieren und auch mal die Meinung austauschen, ja? Und auch keine Ahnung zum Spiel sowieso, ne? Gut, Leute. Ihr wisst Bescheid. Und ansonsten hoffe ich, ihr schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Let's Play The Elder Scrolls V Skyrim. Bis dahin, Leute. Ciao. Ciao.